Hier spiele ich Paper EO, könnt ihr euch auch im Appster holen, hier geht es darum, dass man Charakter quasi hat, die muss man sich kaufen und ich habe gerade diese Kuh, ich könnte mir auch diese Ente holen oder sonst irgendwas, hier haben wir Pokale, die kann man freischalten, wenn man so und so viele Prozent geschafft hat, ich habe allein noch Keilen davon und ich zeige es euch einfach mal kurz, hier geht es darum, dass man eine große Fläche hat und halt größer wird als die Gegner, man kann auch die Gegner killen und durch die durchsichtige Linie fahren, hier der mit der Krone, der ist der allergrößte, ich mache gern die Taktik, dass ich einfach dem Größen in sein Feld reinfahre, da sollte mir eigentlich kein anderer etwas machen und er hat ein normalerweise ziemlich großes Feld und bemerkt es nicht, kann ich den noch, nein, ich kann den nicht mehr killen, leider, aber die wird gekillt, okay, das meine ich eben, dass er nicht so, dass er halt nicht auf sein ganzes Feld aufpassen kann, oh, aber jetzt hat er mich, ähm, getötet und hat man mit so viele Prozent geschafft, hier links diese gelbe Leiste, ähm, die ist, was sein höchstes ist, ich habe mal 18 Prozent, 18,42 Prozent geschafft, ich weiß, ist es nicht so gut und ich suche mir auch gleich mal einen anderen aus, diese komische Fledermaus oder was das darstellen sollte, finde ich ganz cool, ähm, mein Freund sitzt auch gerade neben mir, ähm, bei ihm kommt jetzt demnächst auch ein Video raus, ähm, schaut euch das dann vielleicht mal an, dieser Kackgrüne, der ist genau so grün wie du, ähm, dann kann ich doch starten, mein Freund hat sich auch gerade dieses Spiel runtergeladen und kapiert es nicht, ja, wir könnten das starten, schreibt es ihm mal in den, schreibt es ihm mal in die Kommentare, weh, okay, ähm, auf dem weißen, auf dem gelben Knopf, wir sind jetzt nicht gestorben, das ist schon mal gut, er ist zu dumm für alles, eine gute Beschreibung, die wurde länger, Beschreibung für ihn, Hashtag zu dumm für alles. Du bist ein Mensch. So machen keine Menschen. Doch, nein. Mein Fütus heißt schon. Wer ist denn Fütus? Ja, du. Nein! Aber hier oben links seht ihr jetzt, wie viele Prozent ich jetzt gerade habe. Das ist 1,48 Prozent. 1,92? Schnell. Schnell. Der ist besser als du. Nein, der ist nicht besser als ich. Ich bin gerade höchst konzentriert. Warum? Weil ihr euch vielleicht fragt, warum ich nicht so viel rede. Höchst konzentriert. Hey! Der nimmt mir mein Feld weg. Kann sich gleich verpieseln. Nein. Nein. Schau'n kleine Kinder zu. Ich war... Nein. Aber ich hab jetzt gerade ziemlich lang durchgehalten. Also... Respekt an mich. Sag mal, wie gut ich bin. Wie gesagt, der Kanal meines Freundes heißt Xaver Büscher. Ohne I. Hast du wohl gedacht, dass du mein Feld einfach so wegnehmen kannst? Ja. 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 Wie gehört sie? Ach nein, jetzt bin ich gestorben. Weil du scheiße bist. Dann liebe ich dich nicht. Ja. Und... Ich heiße J. Ähm... Man kann auch seinen Namen ändern. Ich heiße Foto. Ich habe auch mal H-H geheißen. Und dann hat mir ein Freund gezeigt, was das heißt. Dann habe ich mich sofort umgenannt. Was heißt denn das? Etwas nicht so totes. Sag ich mal. Nein, nun schon wieder gestorben. Weil du scheiße bist. Deswegen hasse ich dich. Weil du richtig scheiße bist. Aber nennt euch doch auch mal J. Dann teamen wir vielleicht mal, wenn wir uns treffen. Nennt euch doch auch mal J. Gutes Deutsch. Nennt euch team. Dann macht wer mit euch team. Und wenn du dann... ...nach dir richtig die Chance hast und bringst du ihn um. Ja. Dann bringe ich euch um. Okay. Ja, okay. Haha. Foto ist unser Massenmörder. Ich heiße nicht Foto. Ich weiß, ich habe nur Gelbitus. Wartet mal. Nein. Ähm, aber... Und hier oben... ...da stehen auch wie viele Kills man hat. Ich habe jetzt gerade vier Leute gekillt. Hallo, Scheiße. Und fünf. Und vier. Und drei. Da kommt ein Gelber. Alter, habt ihr das gesehen? Das war einer von den Besten. Echt? Ja. Oh, was ich noch vergessen habe. Ähm... Rechts oben. Da stehen die Besten, ähm, aufgelistet. Diese Pinke ganz oben. Diese Zapital F, oder wie der heißt. Die der heißt, ähm... Das ist der Beste. Hey, 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 Lila. So geht das nicht. Ich glaube, ich bin auf der gleichen Welt wie du. Ich glaube, ich war gerade... Oh, du kommst hier auf die so dicken Größen. Du bist bei den Größen. Bin ich bei den Größen. Hör auf zu singen, du kannst nicht singen. Aber besser wie du. Nein. Sag, sing doch mal. Nein. Schau, lose. Betrüge. Kriegst nie den Preis. Schau, Lila, 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 Lila. Alter, diese... Ich sage keine Schimpfwörter. Okay. In diesem Video. Du bist wett. Hansi. Wo ist das? Johann. Heißt Xaver Bischof? Ja. Wo heißt Xaver Bischof? Ein gutes Name. Aber für die AWA. Das Name ist geil. Genau, für die mein Pin. Deine Bösen würde er sagen. Aber ich glaube, ich beende jetzt dann auch schon mal das Video. Ciao. Und dann würde ich sagen... Der hat die Krone. Der hat die Krone. Ciao.